Über 135 Jahre haben wir Erfahrungen gesammelt, um so zu werden, wie wir heute sind. Über 135 Jahre geprägt vom Mut, neue Wege einzuschlagen und Konventionen über Bord zu werfen. Und geprägt von Erfindungen, die bahnbrechend für ihre Zeit und nützlich für unsere Kunden sind. Damit haben wir die technische Entwicklung unserer Branche mitgestaltet und das tun wir heute noch. Über 135 Jahre Tatendrang haben uns vom kleinen Tüftler-Unternehmen zum international führenden Anbieter von Qualitätshebezeugen, explosionsgeschützter Krantechnik und maßgeschneiderten Sonderlösungen gemacht. Wir haben das größte Sortiment an Hebezeugen und Krankomponenten der Welt. Bei Stahl-Crane Systems arbeiten heute weltweit über 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Entwicklung, in der Produktion und im Vertrieb. Die Liebe dieser Menschen zu perfekter Technik macht Stahl-Crane Systems zur Premium-Marke der Krantechnik. Durchdachte, zuverlässige Lösungen für höchste professionelle Ansprüche. Zu jedem Hebezeug gehört ein Kranbauer mit seinem Projekt. Unsere Vertriebsmitarbeiter und unsere erfahrene Engineering-Abteilung stehen dem Kranbauer zur Seite und helfen ihm, auch anspruchsvolle Aufgaben sicher zu meistern. Dieses Angebot gilt übrigens für alle Projekte, bei denen Hebe-, Fahr- oder Steuertechnik von Stahl-Crane Systems zum Einsatz kommt. Gerade beim Bau explosionsgeschützter Krananlagen ist es wichtig, einen erfahrenen Partner an seiner Seite zu wissen. Denn Explosionsschutz bedeutet nicht nur, eine Vielzahl an Normen einzuhalten und bei der Fertigung auf höchste Genauigkeit zu achten. Vor allem bedeutet Explosionsschutz, die Menschen zu beschützen, die in explosionsgefährdeten Bereichen arbeiten. Als Weltmarktführer für explosionsgeschützte Krantechnik gehen wir dabei kein Risiko ein. Geringste Toleranzen und höchste Präzision, eben Explosionsschutz unerlässlich, gelten selbstverständlich für alles, was wir herstellen. Qualität zu liefern, hat bei uns eine lange Tradition. Und daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Krantechnik aus Hohenluhe steht für sorgsam gefertigte Komponenten, die sich auch unter harten Arbeitsbedingungen bewähren. Langlebig, verschleißarm, wartungsfreundlich und sicher. Darum fertigen wir alle wichtigen Teile selbst, unter modernsten Bedingungen und strengsten Qualitätskontrollen. Nur Zahnräder, die wir selbst hergestellt haben, brauchen wir den harten Einsatz bei unseren Kunden zu. Das macht unsere Hebezeuge so besonders. Moderne Messtechnik, ausgeklügelte Prüfverfahren und ausgiebige Tests auf unseren Prüfständen garantieren uns und unseren Kunden die überragende Qualität, für die Stahl-Crane Systems bekannt ist. Unsere Produkte sind nicht für die Ewigkeit. Doch wer mit ihnen arbeitet, dem kommt es fast so vor. Premium ist bei uns kein Marketing-Trick, sondern Selbstverständnis. Krantechnik von Stahl-Crane Systems kommt dort zum Einsatz, wo höchste Zuverlässigkeit und ausgereifte Technik gefragt sind. Wenn Förderaufgaben mit Standardkranen nicht umgesetzt werden können, entwickelt unser Engineering-Team stets die passende Lösung. Hebezeuge mit geringer Bauhöhe, besonders hoher Geschwindigkeit, mit millimetergenauer Steuerung oder mit ausgefallenen Fahrwerken. Bei Bedarf auch explosionsgeschützt. Damit nehmen wir weltweit eine Sonderstellung am Markt ein. Unsere internationalen Tochtergesellschaften und ein dichtes Netz aus Vertriebspartnern, Kranbauern und Anlagenbauern sorgen dafür, dass unsere Technik optimal auf den Einsatz beim Endkunden abgestimmt wird. Um die professionelle Beratung, Planung und Montage zu garantieren, vertreibt Stahl-Crane Systems seine Krantechnik ausschließlich über kompetente Partner vor Ort. Sie stehen für Kundennähe und einen zuverlässigen Service, auch nach der Inbetriebnahme des Krans. So sichern wir unsere Position als führendes Unternehmen in der Krantechnikbranche und sind gleichzeitig überall auf der Welt persönlich für unsere Kunden da. Stahl-Crane Systems – Partner of Experts